Sooo, wer ist denn überhaupt der Schatten-Luke hier im In-Game? Ihr müsst euch so nennen wie auf dem Discord oder andersrum, aber das ist ein bisschen... Ach, nicht schon wieder, wieso bin ich denn schon... Ich habe schon wieder einen Impostor, oder wieso habe ich so viele Impostor unten? Ich kann doch nicht Impostor. Ich kill doch wieder einen Elektriker und dann sehen die mich dabei. Das ist doch... Ich will Crewmate sein. Ach, ich will nicht Impostor, das ist schon... Ich blamier mich doch schon wieder aufs... Bis aufs Knochenmark. Ich will nicht. Komm Drachy, ich glaube Drachy war mit mir. Der kann für mich jetzt Impostor machen. Ich muss es auch machen, weil die Task quälschen... Oh Mann. Ne, heute bringe ich dich nicht um. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Nicht im Elektriker. Ne, da ist der Goldman. Die stehen da rum. Die stehen da rum. Lenny. Oh, den könnte ich jetzt umbringen, aber das ist sehr gefährlich. Wenn ich etwas nicht verschließen kann. Dann komme ich jetzt hier einer rein. Da bin ich hier die perfekte. Ah, schade. Auf den Gang töten. Ah. Das sollte nur tun. Das müsste jetzt hier sein. Dann helfe ich mal hier mit. In der ersten Runde vielleicht noch nicht. Hier töten. Wenn die sofort fertig sein. Wenn die sofort fertig sein. Ich habe hier gefixt. Laufen mit Skybreaker. Mit Sassbreaker. Hey, ne. Ich muss hier mal killen. Hier die Nummerntask. Dup, tup, 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 tup. So. Ich guck noch mal. Erick, der kommt. Ich muss Lenny töten. Charlie nicht als erstes dazu gebeten. Hier tanken und dann muss ich zu. Aber engine lower engine. Wut. Nicht wichsen. Hier habe ich Tank auffüllen. Nach oben. Kommt hier jemand mit in den Metal? Ah, schlecht. Na komm. Ich laufe hier an der Nettwickle vorbei. Das macht mich sehr sass, aber... Na komm. Erik. Da habe ich es einfach nicht gesehen. Bin halt nicht rein. In Reactions hier war ich noch gar nicht. Ich habe direkt schon eine ziemlich gute Vermutung, weil ich bin gerade nach dem O2 fix von Lenny, bin ich eigentlich ziemlich mit Lenny zusammen hoch nach Cafeteria gelaufen. Habe dann Zwergi von links kommen sehen, sprich aus dem Gang von Medbay, gehe Admin, sehe noch einen Admin in Medbay und dachte mir so, hm, das könnte eventuell ein Kill sein. Ich laufe rein und dann legt Coveminder. Ja, aber ich kam gerade von... Aber engine, ich kam dort, ich hab dort... Ich bin dort, wollte rüber zu dem... zu dem O2-Dings... Ne, bei Navigation hatte ich eine Task. Da hat mich Lenny auch nochmal zum Schluss gesehen und viele andere. Wer war gerade Camps? Wir waren gerade bei... Bei Navigation. Wer ist gerade in Camps? Irgendjemand ist gerade in Camps? Ich fahr zweimal... Ich fahr zweimal in Camps, aber gerade nicht das länger mehr. Nein, jetzt gerade im Moment ist jemand in Camps und kann nicht sehen, dass sie ansehen, als ich im Medbay reingelaufen bin. Wer ist da? Cool. Keiner. Dann wird wohl der zweite Imposter sein, der seinen Kollegen nicht verraten will. Let's go. Eric ist safe, by the way. Okay. Was heißt? Tangel gut forscht, Tangel gut forscht. Der hat ziemlich gute Tasks gemacht. Also wo liegt die Leiche? In Medbay, direkt vorm... Äh... Dann muss der direkt dran vorbeigelaufen sein. Das wäre ja blöd. Wir sind eh zu... Ah nein, 95% durch mit den Tasks. Also jetzt nicht nur... Ja, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Irgendjemand fehlt noch einmal wiring per Security. Ich glaube ich auch. Wenn ich jetzt nicht die Vermutung auf dem Kill gehabt, hätte ich Emergency Meeting gemacht. Einfach nur zu kurz. Ich auch. Ob überhaupt schon jemand getötet wurde. Wenn der zweite Imposter jetzt aber auch nichts sagt, wenn er in den Camps ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Kill in Medbay dann halt auch wirklich... Ah, doch. Ich glaube ich weiß, wer in den Camps war. Ich glaube es war Luke, weil Luke hat gerade in den Chat geschrieben, dass er nicht mitreden kann, weil er scheinbar irgendwie aus dem Discord geflogen ist. Hm. Uiuiuiuiui. Okay, was war denn los? Wenn du kurz in den Chat reinschauts. In den Among Us Chat. Ja, das ist irgendwie... Bei dem gibt's technische Probleme. Hä, aber der ist noch drin? Ähm... Ja, aber der kann irgendwie nicht reden. Also der kann aber gar nicht reden. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Skippen wir das. Machen wir die Task zu Ende. Dann haben wir einfach ne chillige Ding ins Runde. Ja, Ron, auch wirklich egal. Ich meine... Task Simulator. Durch. Ha. Na dann verliere ich hier wieder. Dann hätten wir jetzt auch Spaß auf Telekett wurden können. Wie gesagt, ich hab da nen Task zu machen. Oh, wirklich. Dann steigt das natürlich nicht an. Das ist jetzt dumm, dass das nicht ansteigt. Das bin ich natürlich direkt sass. Das müsste ich mal irgendwo umbringen. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Immerhin bin ich diesmal nicht aufgeflogen, weil ich jemanden umgebracht habe. Wo bist du? Es hat sich einfach nie die Gelegenheit ergeben, dass wir hier wollen. Eigentlich schon. Mal wegen den Tasks. Eigentlich schon. Er kommt direkt vom Kill. Ach, ich bin nicht aufgeflogen, ja. Wer war der zweite? Ich. Ich bin nicht mehr am Poster. Du bist gerade gewendet, oder? Nee, nee. Ich bin überhaupt nicht gewendet. Ach so, okay. Ich hab die ganze Zeit noch nen Kill gestattet. Bei mir steht... Okay, gut. Ich hab die ganze Zeit noch der Möglichkeit gesucht, irgendjemanden umzubringen. Aber es hat sich nie... Keine Ahnung, was da los war. Hast du an den Camps in der letzten Runde? Nee, nee, war ich nicht. War ich nicht. Wahrscheinlich blöd. Zweimal Imposten nacheinander, das ist blöd. Dann hast du cool. Ich will jetzt noch ne Crewmate-Runde haben. Also, wir haben heute allgemein gesehen echt schnelle Impostorrunden. Ja, weil ich die verkackt habe in zwei Runden. Ja, Charlie könnte daran liegen, dass ich seit 31 Runden, glaube ich, keine Impostorrunden... Luke, ich wünsche dir gute Nacht. Luke ist weg. Wir brauchen ne neun... neun... Wir brauchen neunzehnten. Wo ist der Skybreaker? Impostor-Bug? I don't know. Ich weiß nicht, ich hab jetzt schon rot genommen. Kurze Pause machen und was essen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt für eine Runde... Wir können auch zunein spielen. Sollen wir einfach ne neuner kurz machen? Warum nicht? Ja, die Sache ist... Du kannst ja... Ich bin sowieso wieder im Posten. Dann geh ich auf. Ja, bis dann hier weit papersangere. Nied har ich noch viel Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020